Oh, nur eine ganz grobe. Mal sehen, ob sie klappt. Hätte ja fast klappen können. Ja, so macht man das. Und Exit Over There. Gut, finde ich ja schön. Ach komm schon, brutal. Ja, das war ja mal vergleichsweise einfach. Das ist deine Schuld. Es musste nicht so sein. Ich bin nicht schuldig. Schau zurück, oder ich werde dich töten. Na, was schreiben sie denn was schönes? Ich werde dich töten. Und all das Kacke ist weg. Du wirst gar nicht interessieren, oder? Das ist dein letzter Kacke. Dann nehmen wir doch einfach mal die Rechner weg und schmeißen sie da an. Lustig wäre ja, wird sich diese Tür verschließen. Und hier kommen wir eh nicht durch, oder? Es wird wahrscheinlich nicht so sein. Das wird diesen Stuhl mitnehmen und ihn emanzipieren. Und dich auch. Auch vor allem dich. Und dich mag ich auch nicht. So, jetzt hol ich mich noch so schön. Gaming PC. So. Hier, Gamer PC. Den nehme ich mir jetzt mit. Kann ich zocken, während ich die Gläder so umbringe. Emanzipiert sind wir jetzt hier und jetzt haben wir wahrscheinlich... Liste. Nein. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Na gut. Äh, wir müssen weiter irgendwie. Und wahrscheinlich müssen wir dafür hier durch. So mutet es zumindest an. Mal sehen, ob das irgendwas bringt. Natürlich bringt es was. Äh, wir warten mal, bis unser Freund abgeschaltet ist. So. Ja. So, und jetzt müssen wir... Das machen wir was anderes. Gut. Portal hier. Ich hoffe sehr. Hey. Warum denn nicht? Also komm. Ähm. Ach so. Oh, hallo Würfel. Warum hast du mich erschlagen? Ach egal. So. Oh, was er ja. Oh, was er ja. So. So. Gut. Ja. Ne, wir sind in der Nähe des Endbosses, lässt sich vermuten. Was ist denn denn zuletzt? So. Kann ich den denn da auch wieder reinstecken? Hängt anscheinend nicht. Funktioniert perfekt, aber den werden wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Gut, ich glaube, hier war nochmal eine Ladestelle, als ich es letzt... Genau. Genau, ja, hat es mal geladen. Ach schön, als es noch keine Ladebildschirme gab. Zumindest hier ein Portal. Okay. Wir müssen wahrscheinlich da irgendwie hoch. Das war ein sehr offensichtliches, ähm... Weiß Bescheid. Das war so unauffällig platziert von den Entwicklern, also... Ne, das war so herzergreifend schwierig. Oh, Heidi. So, und jetzt erledigen wir mal unsere Freunde hier. So, und jetzt natürlich noch hier noch rein. Jetzt gehen wir da oben rein. Erledigen den hier. Dann gehen wir da rüber, erledigen den. So, und jetzt gehen wir da rüber, erledigen, so. So, jetzt gehen wir da rüber, und den haben wir schon erledigt. So, jetzt nehmen wir den noch auseinander. So, und da drüben noch. So, jetzt gehen wir nach vorne. Okay, den da oben müssen wir noch erledigen. Wir sind erst mal warten, bis der wieder abgeschaltet ist. Ja, ich mache schon mal Vorsicht, Sabian-Portal hin. Ja, war sehr intelligent von mir. So, wo bleibt man jetzt? So, wahrscheinlich muss hier ein Portal hin. Wahrscheinlich müssen wir wieder runterspringen, um da hochzukommen. Gut, okay, und ich denke jetzt auf zum Endsport, wollte ich mal sagen. Ich glaube, das war so. Naja, ich habe das Spiel nicht mehr im Kopf. Also, das ist mehr oder weniger Blind, so semi-blind, semi-blind, so irgendwie gedöhnt. So, naja, wo sind wir hier? Aber, also, es sieht sehr technisch aus. Ich glaube, wir nähern uns der Gledders. Hier sind auch wieder Rechner drin, kommen wir aber nicht ran. Schön, wenn man die noch selber hacken könnte. Okay, also hier geht es wahrscheinlich in den großen, in die Rechenzentrale. Anders kann man sich das hier nicht vorstellen, weil die Gledders ist ja wahrscheinlich der Hauptpunkt hiervon. Und dort wahrscheinlich... Ich will da nicht so richtig rein. Aber gut, ich geh mal mal rein. Hey, ich bin kaputt, es ist einfach zu sein. The only thing you've managed to break so far, is my heart. Maybe you could settle for that, and we'll just call it a day. I guess we both know, that isn't going to happen. You chose this path. Now I have a surprise for you. Deploying surprise in five, four. Time out for a second. That wasn't supposed to happen. Do you see that thing that fell out of me? What is that? It's not a surprise. I've never seen it before. Never mind. The mystery of the calculator, by myself. Because you'll be dead. Where are you taking that thing? Tja, Gledders, was denkst du, was ich glaube, ich machen werde? Ja. Tja, Gledders, ich glaube, das könnte wehtun. What are you kidding me? Did you just say that Aperture Science thing, we don't know what it does? Into an Aperture Science emergency intelligence incinerator? That has got to be the dumbest thing that... Whoa, 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 whoa. Whoa, whoa, whoa. Good news. I figured out what that thing you just incinerated did. It was a morality core they installed after I flooded the Enrichment Center with a deadly neurotoxin to make me stop flooding the Enrichment Center with a deadly neurotoxin so get comfortable while I warm up the neurotoxin emitters. Huh, that core may have had some ancillary responsibilities. I can't shut off the turret defenses. Oh well, if you want my advice, you should just lie down in front of a rocket. Trust me, it'll be a lot less painful than the neurotoxin. All right, keep doing whatever it is you think you're doing. You and me are giving good advice aren't virtually exclusive. The rocket really is the way to go. What's that? What's that? It's the fluid catalytic cracking unit. It's the fluid catalytic cracking unit. Well, come on. We should be still. So, cool. What is that? What's that? What's that? What is that? Oh, that thing has numbers on it. Hey, look at that thing. No, that's it. Did you hear me? I said you don't care. I'm listening to it. Are you coming there? Oh, hey, you're the lady from the test. Hi. What's that? No, thanks. Is that it? That's it. I don't listen to you. Let's go. 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 I'm serving humans. I'm serving humans. I love you. I can't put the neurotoxin into your head any faster. I'd just like to point out that you were given every opportunity to succeed. Ja, das ist schön, ja. Und das ist der, der Kuchen kocht, dieser Chor. Okay, also ich möchte nicht unbedingt haben. Ich kann nur ein Zuhören und mich vor allem auf meine Arbeit konzentrieren. Neuro-Toxin. So deadly. Schöne. Ich bin schuldig. Wenn ich gesagt, deadly Neuro-Toxin, der deadly ist ein massives Sarcasm. Okay, das ist ein bisschen schwer. Das ist ja immer das gleiche, aber da nicht mal was interessanteres. Honestly, das ist nicht deadly at all. Für mich. Du, auf der anderen Seite, findest du, dass seine deadliness ein viel weniger lustig ist. Wer ist, wenn ich weggekommen bin? Du. Schöne. Du hast deine Zeit. Dann, glaube ich, du hast ein viel mehr leften. Was ist dein Punkt, in dem Moment? Survival? Dann, das letzte Sache, was du tun hast, war es mich nicht zu tun. Ich habe dein Gehirn gebrochen. Ich habe dein Gehirn gebrochen, wenn du etwas verletzt hast, in case etwas Schmerzen passiert zu dir. Das ist einfach nicht zu tun. Sie glauben mir? Hier, ich werde dich auf. Hallo! Wieso hing der eigentlich in der Luft? Wie geht das anscheinend mit? Ihre Aggressivität! Und Ihre Aggressivität, die werde ich erstmal auseinandernehmen. Das ist natürlich jetzt schlecht. Zeitverschwendung. Wir haben bloß eine Minute. Jetzt könnte knapp werden, aber ich denke, das ist der letzte Chor, ne? Das ist der letzte Chor. Das ist der letzte Chor. Wir müssen jetzt bloß noch... Nicht ganz glücklich. So... Und jetzt... Du-du-du! Ich schoche kurz... Okay, what was that? Okay, das war's dann mit dem Spiel. Wahrscheinlich. Aber es gibt ja noch Portal 2, ne? So, ich wünsche euch viel Spaß beim Outro. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Das war's dann, erfreulich an eurem Kuchen. Das war's dann, erfreulich an eurem Kuchen. Das war's dann, erfreulich aneurysen. Till you run out of cake And the science gets done And you make a neat plan For the people who are still alive I'm not even angry I'm being so sincere right now Even though you broke my heart and killed me And tore me to pieces And threw every piece into a pile As they burned it hurt Because I was so happy for you Now these points of data make a beautiful line When we're out of data we're releasing on time So I'm glad I got burned Think of all the things we learned For the people who are still alive Go ahead and leave me I think I'd prefer to stay inside Maybe you'll find someone else to help you Maybe Black Mesa That was a joke Haha Bad chance Anyway This cake is great It's so delicious and moist How can't we still talking when there's science to do When I look up there it makes me glad I'm not new I've experimented too long There is research to be done On the people who are still alive And believe me I am still alive I'm doing science and I'm still alive I feel fantastic and I'm still alive While you're dying I'll be still alive And when you're dead I will be still alive Still alive Still alive So So wir haben es also geschafft Wir haben Portal durchgespielt Ja das war's und ich hab mich bereits von euch verabschiedet Ja, dann bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.